Unser Gastartist kommt, ich habe schon mal auf den Poster gesehen, das ist Chianto to my Tribune to Louis Armstrong. Wir werden in Summengruppe 2 auch verschiedene Stücke spielen, die Armstrong auch gespielt hat, das haben wir schon getan. Und in der zweiten halte sowieso noch mehr. Aber es ist ganz schön, dass wir jetzt einen Gastartist haben, die so lange mit Louis zusammen gespielt hat. Vor der Kriege hat er schon gespielt mit Jenny Lunsford-Wendt, vier Jahren, aber er hat nach dem Krieg zwölf Jahren mit Louis Armstrong zusammengespielt. Und wie er mir sagte, das war seine schönste Zeit. Und darum einen herzlichen Applaus jetzt für Bosanist Tromby Young. Thank you. Thank you very much. Thank you ladies and gentlemen. That's the tune that Louis Armstrong recorded, I recorded with him, is When You're Smiling. Thank you. Thank you very much. Musik 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 Musik